Hallo meine lieben Freunde, wir sind wieder. Wir haben nach einem kleinen Cut und wir machen jetzt eine Challenge. Also Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit oder Pflicht, oder? Oder machen wir nur Wahrheit und Pflicht? Ne, Wahl und Pflicht, weil Wahrheit kann man auch einfach irgendwas sagen und der andere weiß es nicht. Genau, stimmt. Ich weiß, wie oft hast du schon Sex gemacht, das ist normal. Ich weiß es ja nicht. Ja, genau. Fangen wir mal an. Leon, komm hoch. Also Leute, das war jetzt kein Cut, das hat er gedacht, aber das ist jetzt ein neues Video. Und ja, was er gerade gesagt hat, muss ich rausschneiden. Bis gleich. Ja, das kann ich jetzt auch rausschneiden. Schnick, schnack, schnuck. Reingeguckt. Wow. Okay, jetzt echt. Bist du rein? Ja. Schnick, schnack, schnuck. Scheiße. 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 Schnick, schnack, schnuck. Boah. Schnick, schnack, schnuck. Ah, mir darf ein sein. Was soll ich machen? Du musst dich einfach da draußen hinstellen und Zahnweide tanzen. Nein. Und egal ob jemand kommt oder nicht. Tanzen. Oh, da kommt schon eine und du tanzt. Zahnweide. Nee, ich halte mal. Oh, Katze. Ja, komm. Also die Aufgabe ist für dich, auf den Baum da hochzuklettern. Also vielleicht nicht ganz oben, aber... Also da, wo die fünf Äste sind. Ja, ungefähr da. Wenn du willst. Also du solltest es auch... Okay, ja, mach ich. Aber halt mal ein bisschen meine Sachen. Ja, okay. Dann Handy. Ja, halt hier alles. Warte, ich hab noch Portemonnaie. Ja, egal, was hat denn Handy drauf. Nice. Jetzt hab ich die Hände voll. Ich kann auch keine Pause drücken, aber ist egal. Komm, Simon. Ich bin so lange nicht mehr da hochgeklettern. Ja. Ich bin richtig nebiss. Richtig nebiss gerade. Ich hab sogar die Technik verlernt irgendwie. Weißt du, jetzt fällt sie da so runter. Ah! Leon, ich bin mal von hier. Bin ich mal. Nee. Ich hab grad irgendwie wirklich gekriegt. Ich komm hier gar nicht mehr durch die Lücke durch. Das reicht auch, Simon. Bö, YouTube. Okay. Okay, geschafft. Hui, ein Applaus für Simon. Geschafft. Boom. Hui, Leute. Also wir haben grad eine neue Spiel... Ja, jedenfalls. Wir haben grad ein neues Spiel angefangen und das heißt, traust du dich. Und zwar, wir müssen so machen, der eine sagt dem anderen eine Aufgabe, was man machen muss, aber der, der dir die Aufgabe gestellt hat, muss das gleiche dann auch machen. Und die erste Aufgabe ist, haben wir zusammen beschlossen, wir müssen so laut schreien, wie es geht. Einfach nur schreien. Wer möchte anfangen? Ich will nach 5 wieder. Okay, aber es film ich jetzt nicht, weil das Video sonst... ...weißt du, langweilig. Nein, ich. Okay, dann wandern. Ich will das, ja, gut. Ah! Wirklich laut schreien. Du musst lauter als ich. Man muss immer lauter. Ah! 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 Ja! Traust du dich ja lauter? Ich mach nicht so laut, wie ich kann. Traust du dich ja lauter? Ja, ich mach so laut, wie ich kann und das muss jeder toppen. Komm. Ah! Boah, voll hart. Ah! Wir waren nicht lauter. Aber komm, wir haben es geschafft, beide. Okay, Ende. Nächste Aufgabe. Simon, traust du dich, drei Frontline-Dances zu machen? Wir beide müssen die machen und wir sagen auf drei, welche wir machen. Welche drei Stück, okay? Ja. Drei, zwei, Drei, eins, Zahnseide, Auferweckt, Losertanz und Beste-Freunde-Tanz. Ja, Beste-Mates. Mach ich. Best Mates. Und was kann ich noch machen? Ich mach aufgerweckt. Ich mach und klatschen. Die mach ich. Warte, ich mach oberpeinlich, Zahnseide und Auferweckt. Okay, ich muss Losertanz, Best Mates, Beste-Freunde, wie gesagt, und klatschen machen. Okay, komm, geh da vorne hin oder da, dann tanzen wir. Los. Wow, Beste-Zahnseide. Leute, da kam einfach so ein Mädchen und ein Junge vorbei und der Junge sagt einfach so, was sind das für Schwule? Ne, der so, ach so, das sind wieder Schwulen. Ich direkt Mittelfinger zu denen, der ist gar kein Ehrenmann. Ja, also wirklich, wer hat nur lieber die Tante, der die tanzt? Ich miss er. Ja. Also Leute, ich tanze zuerst jetzt wieder tanzen und ja, fangen wir an. Ich kann's überhaupt nicht. Gut. Kein bisschen. Das war oberpeinlich. Nice. Bin ich wieder dran. Also, ja, ich mach jetzt klatschen. Okay. Los, jetzt mach ich auch verweckt. Wir sind nur in einer anderen Location, weil da jemand kommt und ich hab keinen Bock, dass er mich sieht. Okay. Das ist... das war's mit dem Video. Oh mein Gott, ist das nah ran gesucht. Simon. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und... Daumen hoch nicht vergessen. Und auch abonnieren nicht vergessen. Bitte subscribe. Ja. Motiviert. So sieht das auch bei uns im Sportunterricht aus. Äh... Ciao. 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 Ciao.